Hallöchen, grüße dich hier zu meinem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich mache mich fertig und nehme euch jetzt beim Mittagessen vorbereiten. Ich stelle jetzt Kartoffeln. Ich habe jetzt lange überlegt, was kochst du, was kochst du nicht. Eigentlich habe ich gar keine Lust, aber wir brauchen ja was, also meine Lieben brauchen ja was zu essen, deswegen muss was warmes her. Ja, wir haben heute Sonntag, den 16. Juni. Anna ist da, winky winky. Küsschen an euch. Ja, ich habe mich fertig gemacht, ich merke in der Kamera, ich weiß jetzt nicht wie nachher im Video, das knallt voll rot rein. Naja, egal. Ich freue mich heute auf Live, gehe ich mal wieder live. Also diesmal vergesse ich es nicht. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Nee, ich stelle mir Wecker extra, dass ich da nicht vergesse um 19 Uhr live zu gehen. Naja, aber ansonsten. Ja, wir haben heute ausgeschlafen. War ja gestern ein aufregender Tag. War ähm. Ja, Schatz. Ja. Alisa. Alisa. Was ist mit Alisa? Alisa ist die Cousine von Anna. Ja, war ja ein aufregender Tag auf jeden Fall. Ja, mit dem Treffen. Jula, nein. Jula kommt mit ihr zusammen. Urlaub. Ähm. Ähm. Genau. So. Jetzt. Äh. Xenia sammelt sich mit den Gedanken, jetzt wird sich vom Kind abgelenkt. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, ich mache so eine Kartoffel. Ähm. Keine Pfanne, keine Pfanne, sondern aufs Blech halt. Äh. Mit Fleisch und Möhren so eingelegt. Äh. Zucchini. Ja. Mach ich einfach so eine, so ein Mix draus. Ähm. Muss dann gucken. Montag ein bisschen einkaufen. Äh. So Kleinigkeiten. Äh. Ja. Wäsche läuft. Äh. Bisschen aufräumen muss man auch eigentlich. Also jetzt mache ich gleich Wäsche falten. Ich tue den Trockner sauber machen. Ähm. Ähm. Die ganzen Fusseln weg tun und so alles. Äh. Wäsche falten. Und ja. Ein bisschen denk ich mal da, wo das Alkohol steht. So die, die Theke aufräumen. Ähm. Schlaf wischen. Und so weiter. Und so weiter. Ja. Ich denke, ich. Batterie muss man reinstellen. Reinbringen. Also es ist so ein Koch-Laba-Video. Ich zeige euch dann halt, wie es aussieht und so. Ich mache das danach am Ende mit ein bisschen Käse drüber und so. Ja. Also ich weiß wirklich mittlerweile nicht mehr, was ich kochen soll. Das ist, ähm. Ja. Wenn man jetzt jeden Tag, okay. Ich koche meistens jeden Tag. Aber es ist auch so, dass, ähm. Jeden zweiten Tag, wenn ich viel zu viel gekocht habe und wir hatten nicht so viel Hunger, haben eh wenig was gegessen. Ähm. Dann. Oder eben viel zu viel gemacht habe. Dann natürlich gereicht das für zwei Tage. Dann essen wir das zwei Tage. Ja. Aber ansonsten muss man jeden Tag kochen, ne. Das ist, ähm. Ja. Oh. Meine Haare sind gewaschen und sind so wuschelig. Also ich war froh, dass ich die so handwegs zusammen bekommen habe. Und ich bin ja so happy. Ich freue mich auf meinen Friseurtermin. Seit langem geht Xenia wieder zum Friseur. Ja, Leonie. Ähm. Ich glaube, ich habe das in einem anderen Vlog schon erwähnt, meine ich. Kann sein, dass ich mich wiederhole. Es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole. Aber da bin ich gerade so glücklich drum. Ja, Leonie hat dann unseren Friseur, äh, hier im Dorf angeschrieben. Bei Instagram hat er meine Bilder geschickt. Ähm. Damit wir wissen, was es kostet halt und so, ne. Ja. Und die machen dann meine Haare schön. Ähm. Also in eine blonde Richtung auf jeden Fall. Ähm. Ich denke, äh, nach diesem Mal, wenn es alles gut ist, ne. Wenn es mir gefallen hat und der Friseur zufrieden ist, dann werden wir einfach mit Strähnchen weiterarbeiten, ne. Ja. Dann mit Strähnchen halt aufrecht behalten, so, äh, das Blonde. Und dann gucken wir mal. Ja, ich muss auch noch einige Pakete wegschicken. Äh, an die Bea, an die Ramona. Ähm, ne. Oh. Weil die Hilde hat was mitgegeben. Ja. Und sie waren nicht da. Ähm. Dann natürlich, boah, es spritzt hier voll Kartoffeln. Ja, es ist schon langsam so alte Kartoffeln. Wir können auch zur Zeit bei unserem Bau keine Kartoffeln bestellen. Erst Ende Juli, da kommt junge Kartoffeln dann. Ja, auf jeden Fall. Dann hatte ich ja auch Kleinigkeit mit. Und, ähm. Ja. Soll dann an die Mädels, äh, verschickt werden. Natürlich. Ja, muss ich gucken, wann ich das zeitlich back. Aber auf jeden Fall, dass es irgendwann diesen Monat noch, äh, verschickt wird. Muss ich mal schauen. Ja. Boah. Ansonsten. Ansonsten. Es regnet gerade bei uns. Also das Wetter ist echt, äh, fabelhaft. Schade. Also Regen brauchen wir. Klar. Die Erde braucht uns so. Aber so langsam ist ein bisschen zu viel Regen. Und das ist dann auch nicht so, ne. Man fühlt sich auch dann an diesen Tagen, also ich, ich, ne, von mir und von meiner Familie. Dann sind wir alle so, hm, so lustlos. Man mag nicht so viel, äh, irgendwas zu vernehmen. Man liegt nur da. Ohne Laune. So, äh, depressiv. Also man braucht schon Sonnenschein. Hier ist es. Ach. So. Geschwister, Untergeschwister, Ärger. Das ist, gleich werde ich euch allen, Ärger machen. So. Dann schiebe ich jetzt Möhren. Und, ja, ich glaube, ich schnippel das einfach nachher grob rein, weil die Möhren essen die Kinder nicht gern. Aber dann ich und mein Mann. Und, ja, dann passt das auch, wenn das groß geschnippelt ist. Ist ja dann, okay, ne. Also ich zwinge jetzt niemanden hier speziell was zu essen. Freilich, also, ne. Ich mag das auch nicht, wenn man so zwingt. Also von früher, von unserem, ähm, Kindersalter, wie wir erzogen wurden, ja. Also, das war bei uns schon, ne. Du musstest das essen, was es war, ne. Und, ähm, auch wenn da jemand, äh, von Eltern oder Großeltern, sonst wer, ne. Großes Stück Zwiebeln hatte oder ein Gemüse. Und, ähm, dass du dann gesagt hast, nein, ich werde das nicht essen. Also, das konntest du ja gar nicht wagen, ne. Man, man war gezwungen, das zu essen. Und deswegen, also, deswegen, ich bei mir, ist das mit den Kindern so schwingelig. Also, für was. Ich, 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 ich kenn das, äh, Gefühl selber, wie es schlimm ist, ne. Gezwungen zu sein, etwas zu machen. Und dann, ähm, nee. Also, freiwillig, wenn sie möchten und neugierig sind, was zu probieren, klar, dann gibt es das auch. Ne, dann probieren sie auch gerne, ähm, ähm, was Neues aus vom Essen halt. Aber ansonsten, na, wenn sie was nicht mögen, dann wird das eben gar nicht reingelegt, separat gemacht oder ich lege es rein, aber, ähm, halt groß genug, dass die Kinder das sehen können und, äh, ja, dann auch nicht, ähm, reinlegen in den Teller. Das passt dann schon. Willst du, Mama, nehmen wir eine Beine? Ai, 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 au? Leonie auch? Mhm. Ich hab, ich hab. Gleich wird... Gleich... Kleine Lüchsele. Ja, Anna ist, ja, Anna ist halt verwöhnt, ne. Kann man nicht sagen. Anna ist ein kleines Kind, äh, zu Hause, wird von allen Ecken verwöhnt, von jedem zu Hause, ne. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt werde ich das Ganze, äh, waschen. Und dann mach ich das einfach, ja, ich denke mir schnell durchlaufen und dann sehen wir uns nochmal zwischendurch, wenn das Gericht fertig ist. So, ich schnippel das einmal. Ne, als Kartoffeln ist schon, man merkt schon, das ist schon... Ist halt nicht mehr so, so gut, ne. So, der Lass. Das entspannlicheenter remedy die wir nicht verwenden, obær solubs persever spricht. So, ich schchaft noch. So, äh, wir sind jetzt gleich, ja, wir sind angelcem. So qualun remain? Umしょう. Okay. So. So, wirlen uns, Pullpa waren vor der Lasseren. So meine Lieben, jetzt ist das fertig und geht in den Zahn. Backofen bei 180 Grad, ja, tue ich halbe Stunde gucken, dass fertig ist, weil dieses Kartoffel relativ schnell sich vorbereitet, ist ja mehlige Kartoffel. Ja, hier ist jetzt Dönerfleisch, also Kebabfleisch, Rind und Grillwürstchen hatte ich mal gehabt, noch geschnippelt. Ja, Zucchini, genau, meine Gewürze, da habe ich jetzt trockenen Knoblauch genommen, für Kartoffelgerichte und dann für Hühnerfleischgerichte habe ich hier etwas Honig, Salz. Genau, jetzt Olivenöl, ein bisschen Chiliöl, ein bisschen Olivenöl und das sieht man hier auf dem Kartoffel. Ja, jetzt geht es halt, sich ein bisschen braten. Ja, und dann, sowas schmeckt halt auch, macht einen satt und essen auch meine in der Familie sehr, sehr gerne. Schnell gemacht, einfach alles rein in einen Topf und das war's. Ja, so, also, das Essen ist fertig, ich lasse jetzt nochmal für ein paar Minuten, fünf Minuten drin, es ist schon weich, geht gut durch, so lange habe ich hier aufgeräumt, die Theke sieht so gut aus, die ist so leer, man, ja, bin auch ganz happy. Wir haben hier solche Gutscheine von Aldi bekommen, voll cool und, ja, werden wir auch direkt natürlich benutzen, warum nicht, fünf Euro weniger ist, fünf Euro weniger und ich muss endlich diese Woche auf jeden Fall erledigen und Pässe für die Anna und Darseni machen. Das haben wir nämlich bei der M ausgedruckt und, ja, Anna sieht so süß aus, ja, hier, ja, müssen wir für die zwei auf jeden Fall jetzt machen, damit wir Plätze für sie haben, damit wir in den Umloch fahren können. Puff, jetzt bleibt mir noch der Tisch, ein bisschen aufräumen und ansonsten bin ich fix und foxy, bin voll geschwitzt, richtig tüchtig, ich war auch richtig fleißig, bin auch so glücklich für mein Ergebnis, Wahnsinn. Sonst ist die Theke hier immer so zugemüllt, kennt ihr das? Man hat eine freie Fläche und ist so voll, voll, voll. Ja, ich muss mir hier was überlegen und dann noch was überlegen, so ein schöneres Körbchen kaufen oder so ein Aufstellregal über das Regal, wo ich das erweitern kann, damit der hässliche Karton da weggehen kann oder ich hätte das ein bisschen verschönert mit einem Geschenkpapier oder so. Ähm, genau, da habe ich halt auf dem kleinen Kühlschrank habe ich sehr, sehr gerne, also der kleine Kühlschrank ist eh aus, der ist eher für uns so eine Lagerfläche auch, für Süßigkeiten und so. Ja, und oben drüber habe ich dann halt Brot und Eier und Kornflex oder sonstiges, ja, muss ich nach und nach machen. Genau, so, gewaschen, getrocknet, jetzt zeige ich euch nur noch das Essen, werde euch auch dann lange nicht aufhalten, würde mich bedanken, schon mal jetzt für das Video einfach, dass du zugeschaut hast, freue mich natürlich über die Dürmchen nach oben, kommentiere, wenn du magst, schreib mir was oder schick ein Smiley, Herzchen, Blümchen, was auch immer, dann weiß ich, dass das Video gut angekommen ist und es dir gefallen hat. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen, schönen Wochenanfang, Wochenstart, ähm, eine wunderschöne Wocheanfang, bleibt gesund, das ist das aller, allerwichtigste natürlich, ähm, und aus dem Wetter machen wir das Beste draus, ich habe jetzt nicht nochmal auf das Wetter, ähm, geschaut, aber laut Informationen sollte jetzt, glaube ich, irgendwann jetzt beginnen, dass es bis 36 Grad warm wird und das ist ein bisschen schon zu viel, ja. Aber dennoch müssen wir das Beste draus machen, nicht jammern, ja, wir Menschen sind leider so, ähm, ausgestattet, sag ich mal so, ähm, ne, drücke ich mich mal so aus, wir jammern ständig, oder die meisten jammern, ne, es ist mir zu kalt, es ist mir zu heiß, ich schwitze, ich, ähm, hab Schüttelfrost oder sonstiges, ne, wir Menschen, ähm, mögen halt uns immer irgendwie beschweren, ähm, ähm, ich tue es auch ab und an, leider, leider ist es so, aber dennoch, ja, 25 Grad ist okay für mich, aber was über 25 Grad ist, ist schon zu heiß, in Kroatien, wenn wir in Kroatien Urlaub sind, ähm, ist das andere Klima, es ist andere Umgebung, es ist einfach, man verträgt die Hitze ganz, ganz anders, irgendwie kann ich das überhaupt nicht beschreiben, also, es ist tatsächlich so, wir hatten vorletztes Jahr, äh, Urlaub gemacht in Kroatien und das war, wie viel war, das war 6, 48, 46 Grad, äh, das war super, also, das haben wir, es war warm, es war sehr warm, aber das war recht angenehm, wir waren trotzdem voll fit und überall unterwegs, ja, deswegen bin ich ganz gespannt auf dieses Jahr, wie es dieses Jahr so sein wird, Ah, ich freue mich schon einfach riesig, genau, so, ich hole das Essen raus, zeige euch, ähm, falls es einfach dir interessant ist, schreibe ihr auch das, äh, Rezept rein, oder, beziehungsweise, ungefähr, was ich so benutzt habe, und so weiter, ja, also, es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker, und auf die Schnelle kann man auch zusätzlich einen Salat machen, oder so irgendeine Soße, ähm, Tzatziki, Joghurt, ähm, oder wie gesagt, ein Salat, Geschmack eurer Wahl, oder einfach auch so essen, genau, so, jetzt hole ich das Essen raus, so, so sieht das aus, kunterbunt, wie gesagt, könnt ihr auch Brokkoli, Mokkoli und alles mögliche rein machen, wie ihr Lust habt, ihr könnt das auch natürlich total vegan vorbereiten, mit Tofu und sonst was, habe ich auch für mich gemacht, das ist sehr, sehr lecker, wie gesagt, das ist jetzt halt, eine Fleischvariante, da ich halt, für meine Familie gekocht habe, und, beziehungsweise, meine Männer vor allem, die brauchen Fleisch, auch wenn es hier nicht so viel ist, aber, so ein bisschen für den Geschmack, ist ein bisschen Fleisch mit bei, auf jeden Fall, ja, für mich gibt das dann irgendwas anderes, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe hier eine gelbe Zucchini, die habe ich geschält, dann habe ich hier Möhren, die Reste, wie viel ich halt hatte, und halt, ja, Kartoffeln, gegrillte Würstchen, und Kebabfleisch, dann meine Lieblingsgewürze, etwas Olivenöl, und eigentlich ganz easy, wie gesagt, bei 180 Grad hatte ich jetzt tatsächlich, ähm, 38, 38, ungefähr 40 Minuten hatte ich drin, weil ich wollte es weich haben, weil wir gerne halt weiche, oder zerkochte Kartoffeln essen, deswegen hatte ich das hier drin, ja, übrigens hatte ich, hatte ich mir endlich, oh, ich habe das jetzt dreckig gemacht, habe ich mir endlich, endlich bei Thomas Philips neue Lappen hier geholt, und meine entsorgt, ich bin so happy, äh, für 1,99, und, ähm, ich möchte mir noch, äh, ein paar andere holen, ja, total süß, passend, auch für diese Jahreszeit, so, also jetzt, Sommer, frisch, schön, ja, ne, und meine Theke habe ich aufgrund, wie gesagt, hat euch jetzt eigentlich nicht in diesem Video zu interessieren, aber, ja, ich habe eigentlich ständig hier zugemüllt, ne, ständig irgendwas, jo, da haben wir immer unseren Toni stehen, den haben wir immer hier, weil die Anna gerne Musik hört, und so weiter, jo, Feuchttücher müssen für mich auch immer hier parat sein, die müssen hier sein, meine Budget Planner habe ich auch immer gerne vor meinen Augen, genau, aufgeräumt, aber ich muss mal wieder mit dem Bund, ähm, ähm, äh, Maker was backen, das ist echt, ähm, ja, hier haben wir die Alkoholfreie Variante, ne, für die Kiddies, so, oder auch allen, allgemein für, ähm, Cocktails, Cocktails-Teil habe ich gewaschen, weil ständig so schnell Staub draufkommt, übrigens von meiner lieben Hilde, die, ähm, 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 vom letzten Jahr, die, ähm, wie heißen die, Gerarie nicht, ich habe das doch auf der Zunge, ich habe das doch auf der Zunge, Oschidee, ich musste tatsächlich googeln, äh, ja, aber auf jeden Fall, zum Glück, Google weiß alles, ähm, ja, Oschidee, hier, die hatte hier nur diese Blätter, dieses ist neu, sieht man auch, der ist so hell, hellgrün, und da kommt noch, also, sie macht sich, das ist sehr, sehr gut, ich habe ihr nämlich hier, ähm, aufgeneuert, so, also auf jeden Fall habe ich ihr gut gehen lassen, und ich bin froh, dass sie sich macht, so, genau. So, meine Liebsten, jetzt werde ich aber definitiv das Video beenden, ähm, wie gesagt, ich bedanke mich noch mal, wünsche euch positive Energie, Alltag, Liebe, Herzchen an dich und hier, also, okay, das ist nichts. Ja, alles das Liebe, wie gesagt, und freue mich auf morgen auf das neue Video und auf euch alle, ähm, also, dann bis morgen und auf neues Video, süßchen, ihr alle, tschau, tschau, deine Xenia, tschüss, auch ein Küsschen von Anna. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017